Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu A Black Tale Requiem. Lukas ist in die Hände des Feindes geraten. Oh, Lukas, hol den Nachtschatten. Hau ab. Bring alle um, die dir im Weg stehen. Ja, okay, mach ich. Aber ich weiß gar nicht, wo Lukas steckt. Wahrscheinlich irgendwo da hinten, aber wir müssen sehr vorsichtig sein, denn es wimmelt hier von Soldaten. So, ich hab keine Ahnung, wie ich da rüberkomme. So, wir gehen mal hier längs. Oh ja, hier ist eine Treppe. Sehr schön. Dann einmal rauf damit. Oh, oh. Ja, ich warte mal lieber hier, weil der hat einen Helm auf. Den kriegen wir nicht. Es sei denn, kann ich ihn von hinten irgendwie abmuchsen? Nee, wahrscheinlich. Komm, wir gehen lieber weiter. Ich will hier nichts riskieren. Oh, es sind ja echt viele, ne? Und da ist noch eine Truhe, die will ich natürlich mitnehmen. Ja, geh mal. Genau. Kusch, kusch. Tschüss. Schönen Tag noch. So, ich will diese Truhe haben. Das heißt, ich muss ihn loswerden. Ich muss ihn loswerden. Aber die haben auch zum Glück keinen Helm. So. Äh, warte mal. Ja. So. Oh shit. Okay, der mit dem Helm ist aber nicht... Nein! Na gut. Bitteschön. Und... Okay, dankeschön. Okay, das war irgendwie... Äh, nicht so ganz, wie ich mir das gedacht habe. Alright, nochmal. Wo ist der mit dem Helm? Okay, da hinten. So, ah, warte, 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 warte. Ich muss nur aufpassen mit dem Typ mit dem Helm. Und ihn noch. Okay, er hat nichts gemerkt. Sehr schön. Das heißt, wir können uns jetzt endlich die Truhe holen. So, das nehmen wir natürlich auch mit. Oh, warte mal. Nicht, dass wir jetzt hier noch entdeckt werden. Da hinten ist irgendwo jemand. Ich glaube, der sieht uns nicht, ne? So. Einmal schnibbel die schnapp. Oh, warte mal. Alkohol ist voll. Ich gucke nochmal eben. Äh, kann ich nicht noch irgendwas herstellen? Ja, logisch. Dann machen wir nochmal hier ein bisschen was. Und hier ein bisschen was. Und... Okay. Jetzt müsste ich ja den Alkohol eigentlich mitnehmen. Ja. Ich muss nur kurz eben warten. Der macht nur ein Mittagsschläfchen. Keine Sorge. Nein. Okay, shit. Natürlich kommt er hier längs, ne? Nee, doch nicht. So, der ist da hinten gelaufen. Ich hab's gesehen. Da hinten. Schnell. Oh, verdammt. Der kommt hierher. Na? Hier ist doch gar nichts. Geh. Geh, 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 geh. Alles deiner Schuld. Jetzt kümmere dich drum. Okay, er haut wieder ab. So, dann holen wir uns nochmal gleich den Alkohol. Äh. Ist aber auch nix ohne Metallkiste, wo ich ihn ablenken kann, ne? Leider nicht. Ich find hier rein gar nichts. Genau, so sieht's mir mitmich aus. So, er geht wieder. Alles klar. So, dann schnappen wir uns einmal den Alkohol. Und ich glaub, wir müssen noch hoch, ne? Ah, ich warte nochmal kurz. Dreh dich um. Junge, dreh dich um. Ich hoffe natürlich nicht, dass er gleich wieder in die Richtung kommt. Aber ich muss es jetzt riskieren. Komm. Komm. Einmal hier hoch. Oh, 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 oh. Oi, 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 oi. Oh, warte, da ist eine Metallkiste. Das ist schon mal gut. Ich kann aber auch hier erstmal längs. Vielleicht finden wir hier noch was? Hier ist nix, ne? Okay. So, wo steckt er jetzt? Da ist er. Okay, wir brauchen ihn gar nicht ablecken, so wie es aussieht. Ja, ich kann nicht schneller. So, einmal schnell durch die Tür. Ja, dann komm. Sie kommen, versteck dich. Ich kümmere mich um sie. Nein, wir haben, was wir brauchen. Hauen wir ab? Nein, die werden uns verfolgen. Und ich hab's satt, wegzurennen. Mann, am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's. Kommt, hier bin ich. Da! Da hast du! Okay. Oh, warte, noch mehr? Ja? Siehst du, die können nichts. Kein Grund, Angst zu haben. Oh, das ist noch eine Kiste. Warte, 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 warte. Ich sammle noch nur kurz ein bisschen was. Die Angst ist so satt. Ich zeig Ihnen, dass es vorbei ist. Komm, ich geb dir, was du willst. Er hat ein Schild. Oh, shit. Eindringling! Sie ist bewaffnet! Schieß auf die Beutel, Abissier. Äh, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Okay. Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Ich mach dich kalt. Du bist tot. Ach ja? Komm, zeig mir, wie du das machen willst. Mehr hast du nicht drauf. Ach komm! Oh, da kommt noch einer. Das ist ein Schild, sonst zu sterben. Falsch. Du hast nur Angst. Aber die musst du Egen anjagen. Ja, komm. Halt es hier auf! Sie kommen denn da noch? Ja, ein Kind, das euch kalt macht. Nur Geduld. Du bist auch bald dran. Hier drin. Zeig dir, wo's lang geht. Ja, ja, kommt. Versucht's doch. Hört mal her. Am letzten bestimme ich die Regeln. Männer, die Ehre der Armee legt in unserer Hand. Falsch. In meiner. Du bist tot. So Gottverdammt tot. Oh, oh. Warte. So. Du wirst meine Männer nicht töten. Das Biest. Wer ist der Typ? Ich bin nicht fertig mit euch. Erwartet keinen schnellen Tod nach dem, was ihr getan habt. Der Henker wird ein wenig Zeit mit euch verbringen, bevor ihr hängt. Du solltest dich setzen. Und mehr hast du nicht zu sagen? Komm schon. Du bist doch sonst nicht so. Hier wartet eine ganze Garnison. Wieso tobst du dich nicht weiter auf? Hör auf. Nein. Erkennst du nicht unsere Lage? Wir sollten doch nur Kräuter beschaffen. Wie geht es Uyghur wohl gerade ohne sie? Wie wird es ihm gehen, wenn seine Schwester hängt? Also gut, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, Lukas. Ich, ich verliere den Verstand. Ja, weil diese Welt wehtut. Immer wieder. Und du willst es ihr heimzahlen. Aber du wirst diesen Kampf verlieren, Amicia. Du bist nicht wie sie. Du bist eine Derun. Hey, der Geil ist beinahe fertig. Bereitet die Verurteilten vor. Das sind wir. Hör zu. Dieses Ding funktioniert mit Feuer. Ich gebe dir ein Zeichen. Kommt raus. Eure Schlingen warten. Äh, ich will nicht rauskommen. Nö, nö. Ich bleib mal einfach hier drin. Halt. Wir warten auf den Henker. So, komm, hier mal die Tür wieder zu. Äh. 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 Getötet, die unsere Stadt rappen wollten und damit noch mehr Chaos gesät. Du wirst einen langsamen Tod sterben. Du bist besessen. Aber wir brennen den Dämonen dir aus. Jo, ich brenne mal selbst gerade was aus. So. Lukas. Ich treppe. Los. Mach schnell. So, einmal ganz, ganz schnell. Äh. Warte. Warte, warte, warte. Ich gucke nochmal eben hier. Nein. Du musst dich schon brennen. Das ist gesessen. Ah, die haben noch meine Schleuder. Keine Zeit dafür. Das wird sie aufhalten. Du hast uns da unten die Haut gerettet. Ja. Ja. Wohin jetzt? Es muss einen Übergang geben. Ein Dach. Ja, ich mach mir auch echt tatsächlich langsam Sorgen um Amicia. Die meinen, die ist eben ausgetickt. Ähm, das stimmt mit ihr nicht. Ich weiß nicht, ob die Makula ein bisschen auf sie übergegangen ist oder ob sie einfach psychische Probleme hat. Durch das, was sie alles erlebt hat. Äh, ja. Warte mal. Ja, ich will aber erst nochmal gucken. Hier geht's nicht längs. Wo müssen wir denn jetzt längs? Okay. So, dann ist hier noch eine Tür. Lass mich raten, die ist auch zu. Ja, die ist auch zu. Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Oh, warte mal. Warte mal. Hat da was geblinkt? Oh. Warte mal. Kann ich... Okay, hier blinkt zwar was, aber ich kann die Tür. Ich hab keine Schleuder. Kann ich die irgendwie... Oder kommen wir später nochmal wieder? Ich komm hier auch nicht hoch. Und wie gesagt, ich kann auch nichts machen, weil ich hab keine Ausrüstung. Okay, dann gehen wir einmal hier längs. Na, das sind wir gerade da längs. Aber schöne Aussicht, ne? Wunderschöne Aussicht. So, dann komm mal. Ich hoffe, du hast keine Höhenakt, Lukas. Das ist eine einzige Chance. Machst du Witze? Nein. Bleib an der Mauer. Oh, bitte. Bitte, bitte. Du, du schaffst das. Nur nicht nach unten sehen. Du weißt, wo ich muss. Das ist meine Schuld. Das ist mir gerade sowas von egal. Da ist noch ein Dach. Wir sind fast da. Warum noch ein Stückchen? Kleine Stückchen. Ei, 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 ei. Okay, da oben ist ein... Oh Gott. So, da ist ein Bogenschütze. Okay, ja. Ist, glaube ich, besser. So, hier ist... Kann ich nicht irgendwie ein Schwert nehmen? Guck mal, hier ist ein Bogen. Ich will ein Bogen. Warum nimmst du nichts mit? Mädchen. Was ist das? Schlagt auf das Zeug? Aha, aus den Vororten. Beim Tor vom Metzgerviertel. Oh. Habt ihr dieses verrückte Mädchen getroffen, oder? Die verdammte Hexe mit ihrer Schleuder. Aber das Biest hat sie erwischt. Und wir haben genug Fleisch für eine Woche. Gut gemacht. Schnell zum Depot. Das Mädchen wird bald gehängt. Da werden einige zusehen. Bin dabei. Verlasst euch drauf. Der Wagen, Amicia. Da könnte der Nachtschatten drin sein. Und deine Schleuder. Ach, das ist zu riskant. Ugo braucht uns. Wir schaffen es auch so. Ist wohl klüger, ja? Okay, hier sind jede Menge Soldaten. Ich hoffe, wir müssen nicht da durch. Aber es sieht fast so aus. So, er steht da. Alles klar, wir können hier einmal runter. Okay, hier sieht nämlich keiner, ne? Ne. Oh, da steht ja auch noch einer. Noch eine Wache. Äh. Alles klar. Äh. Okay, ich geh mal lieber. So, schade. Hier ist leider nichts zum Looten. Und hier schon wieder. Bogen und Pfeil an der Armbrust. Lass mich doch bitte die Armbrust mitnehmen. Why not? So, oh Gott. Schnell, schnell. Oh nein. Äh, kann er jetzt kommen? Ich weiß, dass ihr dahinter seid. Oh, oh shit, er kommt. Nein. Wir wurden entdeckt. Oh nein. Nein, 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 nein. Okay. Die muss, glaube ich, doch ein bisschen vorsichtiger agieren. Oh nein. So. Ja, ja, ich mach schon. So, ganz schnell aus dem Fenster. Bevor er uns wieder sieht. So, da war ja nichts mehr, ne? Hier war ja, glaube ich, Sackgasse. Ja, 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 alles klar. Gut. So, dann müssen wir uns natürlich noch an den vorbeischleichen. Ich hab auch keine Ahnung, wo wir hingehen. Oh, 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 oh. Ich mach seit zwei Tagen nichts anderes. Gönn mir ne verdammte Pause. Halt, steh. Mach ein, bitte die Pause woanders. So, einmal schnell hier. Was mit, was, ich hoffe, das klappt. Äh, wo muss ich jetzt längs? Ach, hier. Schnell durch die Tür. Komm, Lukas. Okay, das sieht aber aus, als wenn da unten keine Soldaten sind. Na? Die Frage ist aber, wenn wir da unten längs gehen, wie sollen wir da an den Bogenschützen vorbeikommen? Und an den ganzen Leuten. Okay, wir gucken mal. So, dann einmal hier runter ist das... Okay, nee. Sah eben so tief aus, aber ist gar nicht so. Ich glaube, das ist ihr Depot. Wirklich? Ja, du hast recht. Das heißt, der Nachtschatten muss hier irgendwo sein. Und meine Schleuder. Du suchst den Nachtschatten und ich meine Schleuder. Wir brauchen sie vielleicht. Genau. Nachtschatten. Hoffentlich ist er noch da. Ich hab immer schon so leichten Nachtschatten. So, dann gehen wir mal runter. Oh, okay. Oh, die haben aber ganz schön was gehortet. So, oh, was ist hier? Waffen, Schwerter, Messer, keine Schleuder. Suchen wir weiter. Da war ja klar. Beten wir, dass niemand kommt. Sonst... Nein. Sag's einfach nicht. Ja. Nein. 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 Aber das, das könnte trotzdem nützlich sein. Wo ist der Nachtschatten? Okay, wir müssen auf jeden Fall das Teil nochmal einmal runterschießen, aber dafür brauche ich meine Schleuder. Okay, so. Wir gucken mal. Ich hoffe natürlich, dass die hier unten ist. Oh, das sieht aber auch interessant aus, ne? Äh? Okay, das scheint irgendwie so ein Wagen zu sein, den man auch so ein bisschen kurbeln kann. Hm. So, dann gucken wir doch mal hier. Äh, ich sehe nichts. Vielleicht hier. Ach, bitte. Nein, natürlich nicht. Ja, komm, wo ist der Nachtschatten? Na, hier vielleicht. Wo haben Sie sie hingetan? Sie muss irgendwo sein. Die Frage ist nur wo. Warte mal. Hier ist jede Menge praktisches Zeug. Hoch. Das. Ja, ich habe den Nachtschatten, Amicia. Endlich. War also doch nicht umsonst. Auf eine Alchemistennase ist Verlass. Jetzt noch meine Schleuder und dann hauen wir ab. Ich gehe mal zur Tür. Okay, zumindest eine Sache haben wir schon mal. Aber ich habe immer noch nicht meine Schleuder. Äh, ich glaube, hier waren wir schon, ne? So, dann gucken wir doch nochmal. Wahrscheinlich irgendwo da vorne. Oh, warte, was... Ah! Okay, was ist das? Ach, das ist eine Werkbank. Äh, warte mal. Ich gucke aber erst nochmal, ob ich noch... Guck mal, hier sind irgendwie noch Sachen. Hier sind noch Sachen. Oh, ein Werkzeug war das. Nice. Ich gucke aber nochmal eben erst mal da oben. Vielleicht finde ich ja noch ein Werkzeug. So, wer könnte nämlich jetzt das Ding da runterschießen? Ähm, einmal hier nochmal hoch. So. Jawohl. So, was gibt es denn hier noch Schönes? Eine Karte? Warte mal. Das kenne ich. Lukas, die haben eine Karte von Gaiyen. Wirklich? Was macht die denn hier? Keine Ahnung. Hier ist das Meer. Der See. Unser Zuhause war... Irgendwo hier, ja. Hey. Quäl dich lieber nicht mit der Erinnerung rum. Ja. Ist alles... Geschichte. Ja, aber ich glaube, diese Geschichte, die quält dich immer noch sehr. Oh, guck mal, warte. Da unten ist auch noch was. Das schnappen wir uns natürlich auch noch. So, und dann... Na. Ich muss hier auch mal durch. So, dann gehen wir gleich einmal zur Werkbank. Und ich hoffe, wir können schon wieder irgendwas aufleveln. So. Hier war noch irgendwas zum Sammeln. Da. Dankeschön. Äh, Stücke. Die brauchen wir, glaube ich, nämlich zum... Aufleveln, ne? So. Was ist denn mit hier? Kann ich das nicht auch? Nee. So, wir gucken einmal. Mal sehen, was sich machen lässt. So. Wir haben ein Werkzeug. Durch eine zweite Halterung an der Schleuder kann Amicia ein zweites Mal schießen, bevor sie nachladen muss? Oh, das hätte ich gern. Amicia verbessert ihr alchemistische Munition und ist in der Lage, ihre Gegner mit einem Topf voll Ignifer zu töten. Oh, auch nice. Äh, zusätzlichen Topf tragen. Ich finde, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich würde das einmal machen. So, und als nächstes will ich auf jeden Fall nochmal die Schleuder verbessern. Das heißt, wir brauchen unbedingt noch zwei Werkzeuge. So. Lukas, wie sieht's aus? Also, was geht's jetzt los? Keine Ahnung. Mir egal. Du willst doch sowieso nicht raus. Glaub mir. Mist. Das Tor ist so nah. Es sind zu viele. Da kommen wir nicht vorbei. Hier bleiben geht nicht. Wir brauchen einen Plan. Ach, keine Ahnung. Hier gibt es eine Menge komisches Zeug. Sehen wir uns um. Natürlich. Siehst du das auch? Was? Ja. Da oben ist eine Kurbel. Da oben. Die Balliste. Hör zu. Ich hab hier genug Material für jede Menge Stupifaccio. Wenn wir die Paste auf die Bolzenspitze schmieren und damit schießen, erzeugt der Aufprall hoffentlich genug Reibung, dass sie sich entzündet. Dann haben wir genug Rauch, sodass keiner was sieht. Wenn es klappt. Was Besseres fällt uns nicht ein. Also holen wir die Balliste darunter. Da oben ist eine Kurbel. Wie kommen wir hoch? Da ist nichts zum Klettern. Irgendwo muss doch... Hey! Holt mir Männer! Wir werden die Patrouillenstärke verdoppeln! Wir müssen uns beeilen. Bald sind noch mehr hier. Tja, keine Ahnung. Dieses Chaos hier. Da könnte was... Kann ich hier was schieben? Warte mal, das zieht doch... Ja! Das ist dein Karren. Ja, gut gesehen. Schieben wir ihn zurecht. All right. Die sind viel zu still. Das Chaos in der Stadt scheint uns gelegen zu kommen. Ja. Sie kriegen Angst. So, und das ist die Balliste, so wie es aussieht. Aber was ist eine Balliste? Was macht eine Balliste? Ich habe keine Ahnung. So, dann haben wir hier hoch. Ich würde gerne noch ein Werkzeug finden. Aber hier ist wahrscheinlich nichts mehr, ne? Nee. Okay, ran an die Kurbel. Ach, das ist eine Armbrust! So, und jetzt? Äh... Ah, da oben! Alles klar, warte mal, das muss... Das muss Lukas machen. Ja, ja, genau. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Natürlich. Okay. Okay, also eine Balliste ist also sozusagen wie eine Armbrust, nur auf Rädern. Ja. Jawohl. Nice. So. Dann einmal bitte wieder hier, Lukas. Wir haben nur einen Schuss. Ich weiß. Wenn das schief geht, ist Libow allein. Und wir sterben. Und das wollen wir nicht. Hier passt es. Halt! Das ist Dupelfatio. Das ist verrückt, Lukas. Das ist jetzt auch egal. Na gut. Passt. Über die Kurbel an der Seite wird sie gespannt. Bin dabei. Und wapperst du die Türen auf? Gar nicht. Schieß einfach durch. Sonst entsteht nicht genug Reibung. Was? Wir wissen nicht mal, ob der Bolzen sie durchschlägt. Mach einfach. Ja, mach einfach. Das ist aber sehr gewagt. Na gut. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Ich mache einfach, aber allerdings erst beim nächsten Mal. Und ich bin gespannt, ob der Bolzen die Tür durchschlägt und ob wir hier rauskommen. Alright, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.